Haben Sie auch schon Feedback bekommen jetzt vielleicht hier von der Messe, auch von Besuchern oder von den Ausstellern, wie es dieses Jahr läuft? Also ich hatte gestern einen Aussteller, der meinte, nach den zwei Tagen könnte ich eigentlich nach Hause gehen. Ich habe so viel Geschäft gemacht wie noch nie. Also die Messe funktioniert, die Aussteller sind zufrieden und die Besucher kommen in Scharen zu uns. Wir haben bis jetzt fast 70 Prozent internationale Besucher.